Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich heute euch mein neues Konzept vorstellen werde, das auf diesem Kanal bald zu finden sein wird. Und zwar ist dieses Konzept sehr stark von euch abhängig, also genau von dir, der gerade vor dem Bildschirm sitzt. Es geht um den Modern Warfare 2 Challenge Modus. Ja erstmal, was ist darunter zu verstehen? Und zwar werde ich Modern Warfare 2 Multiplayer spielen und einfach ein paar Aufgaben erledigen, die ihr mir quasi stellt. Ihr macht das am besten, indem ihr mich per Skype, per Steam in den Kommentaren, Kommentar ist immer noch am besten, oder über Facebook anschreibt, sodass ich es halt lesen kann oder auch per PN über YouTube. Da schreibt ihr einfach irgendeine Aufgabe in Modern Warfare 2. Ich werde euch eine kleine Seite reinstellen, wo man alle Killstreaks, Waffen und das ganze Zeug ja sehen kann. Müsst ihr euch hier einfach durchnavigieren, Weapons, da seht ihr alle Waffen, Perks, alle Perks und so weiter. Ihr könnt schreiben, mach mit dem und dem, das und das, was weiß ich. Seid einfach ein bisschen kreativ. Ich muss euch allerdings darauf hinweisen, dass es vielleicht nicht allzu schwer sein wird. Also wenn ich das Ganze live kommentiere, ist das relativ unwahrscheinlich, da ich einen Killstreak über 10 bekomme. Es ist einfach viel schwieriger, live zu kommentieren. Und wenn die Lobby dann auch noch voller Campern und so ein Zeug ist, dann, naja, wisst ihr schon Bescheid. Das ist auch gerade der Grund, warum ich hier keine Gameplay-Szene drunter legen konnte, weil, naja, ihr kennt diese Momente, wo ihr euch fragt, warum spiele ich dieses Spiel eigentlich noch? Warum tue ich mir das noch an? Und gerade ist so einer. Aber mir kam während des Spiels so eine Idee, dass ich das machen könnte. Und ihr schreibt es mir jetzt einfach in die Kommentare rein, welche Aufgaben ich in Monrover 2 erledigen soll. So, dann noch eine kurze Information, wann diese Videos kommen werden. Sie werden höchstwahrscheinlich einmal am Wochenende kommen, also ein Video pro Woche. Kommt drauf an, wie viele Challenges ihr mir stellt. Wird dann höchstwahrscheinlich ein Happy Wheels Video ersetzen, das werde ich mal noch sehen. Also da lege ich mich jetzt noch gar nicht fest. Wenn ihr mir keine Challenges stellt, dann wird auch kein Video kommen. Das ist logisch. Also ich kann nicht irgendwas erfinden. Ihr müsst wirklich mich was fragen, mir eine Aufgabe stellen, damit dieses Konzept stattfinden kann. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich freue mich schon auf eure Antworten und ich hoffe auch wirklich, dass ein paar Leute drauf antworten. Weil wenn nicht, dann ist dieses Konzept, das mir wirklich sehr viel Spaß machen würde, leider ins Wasser gefallen. Gut, ich verabschiede mich von euch. Wir hören uns dann im nächsten Let's Play wieder oder was weiß ich alles, Promo-Video, Together, was weiß ich. Bis dann, ciao!